Es ist einer der wichtigsten Vorgänge im menschlichen Körper. Ohne ihn wären ganz normale Dinge wie Wachsen ausgeschlossen. Ihr ahnt es schon, es geht heute um Zellteilung. Wir werden uns die beiden Arten der Zellteilung ansehen und sie euch erläutern. Erklären werden wir zudem den Ablauf der beiden Arten der Zellteilung und ihre Aufgabe. Wir beginnen mit der Mitose. Sie dient dem Wachstum und besteht aus vier Phasen mit spezifischen Merkmalen. Anfangs wird in der Interphase das Erdgut verdoppelt. Man könnte sie auch als Phase 0 bezeichnen. Die erste Phase trägt den Namen Prophase. Es ist die Phase, in der überwiegend Vorbereitungen für die nächste Phase getroffen werden. Die Kernmembran löst sich auf und das Kernkörperchen, das man auch Nukleose nennt, verschwindet. Außerdem wird der Spindelapparat ausgebildet. Er ist später für die Teilung der Chromosomen zuständig. In der zweiten Phase, besser bekannt als Metaphase, ordnen sich die Chromosomen an und liegen zum Ende dieser Phase an der Äquatoriallinie. Die dritte Phase heißt Anaphase. In dieser Phase werden die Chromosomen getrennt. Der zuvor ausgebildete Spindelapparat teilt sie am Zentroma und zieht die beiden halben Chromosomen von der Äquatoriallinie zu den beiden Zellpolen. Als letztes kommt die Telophase. In dieser Phase wird die Zelle getrennt und es gibt dann zwei Zellen. Dann beginnen die neuen Zellen wieder mit der Interphase und es folgt eine neue Zellteilung. Die Meiose dient der Vermehrung der Geschlechtszellen. Wie die Mitose wird auch die Meiose in vier Phasen eingeteilt. Sie heißen auch Pro, Meta, Anna und Telophase. Doch jede dieser Phasen läuft zweimal ab. Wie bei der Mitose wird zuerst das Erbmaterial verdoppelt. Dieser Vorgang heißt auch hier wieder Interphase. Die erste Phase, die Prophase, dauert etwas länger als bei der Mitose, da bei der Meiose nach mütterlichen und väterlichen Chromosomen sortiert wird. Die Meta-Phase hingegen läuft genauso wie bei der Mitose ab. Die Chromosomen ordnen sich und bewegen sich zur Äquatoriallinie. Während der Anna-Phase werden die Chromosomensätze aufgeteilt wie bei der Mitose mit Hilfe des Spindelapparats. Auch die Telophase läuft deckungsgleich zur Mitose ab. Nach Beendigung dieser Phase beginnt es wieder mit dem zweiten Durchlauf. Es kommen dann Pro, Meta, Anna und Telophase zwei. Sie läuft, wie eben auch schon beschrieben, genauso ab, nur eben ein zweites Mal. Wie auch bei der Mitose findet für jeder neuen Teilung die Interphase zur Verdoppelung des Erbmaterials statt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und Wissen über Mitose und Meiose vermitteln konnte. Gerne könnt ihr eine Bewertung und ein Abo dalassen. Wie immer könnt ihr Wünsche für neue, random Lernvideos in den Kommentaren dalassen.